So meine Damen und Herren, Sie sehen das Kribbeln schon in den Augen und bei vielen Menschen, wer weiß, 12 Uhr geht es hier langsam los und da wird ja einiges gemacht, aber bevor es losgeht bei uns, haben wir nicht einen Ehrengast, das wäre das falsche Wort, sondern eigentlich einen Vertreter der Stadt, unserer Stadt Leipzig, der gerne ein Grußwort an uns richten möchte, ich bitte auf die Bühne, Liebster. Die Bühne, Liebster 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 Die Bühne